Die Clarissa aus der Oberstufe, wunderschönes Mädchen und sie sieht mich an, schlimmer noch, sie kommt auf mich zu, sie kommt auf mich zu und sagt, vielen Dank, dass Sie dieses Video zu Ende gesehen haben. Du bist also ein Organisationstalent, dann solltest du dir die Ausbildung zum Steuerfachangestellten auf Ausbildung.de mal genauer ansehen. Ich will mir das Thema Digitale Demokratie näher ansehen. Und wissen Sie was, das sieht man uns an, wenn uns die Themen nicht wirklich interessieren. Du siehst fantastisch aus, man sieht ja dein Älter wirklich überhaupt nicht an. Was wir jetzt so neue Sexoten singen, wird also in einer oder zwei Generationen ein völlig normaler Obstbaum hier in der Region sein. Das zweite, was wir als großes Problem ansehen, ist die Geschichte. Und wenn ich mal die Tür abschließe und der eine klopft und der andere klopft, das kann ich gar nicht mit ansehen. Eins der Lämmchen kommt nicht hinterher. Irgendwann kann ich es nicht mehr mit ansehen und trage es den Rest des Weges. Mal schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017